Ich bin's doch bloß. Beim Hund vernachlässigt. Bloß den Schwamm noch. Weg bitte. Ja, ja, Goro. Und sitz. Und bleib. Ja, super. Klasse. Super. Können wir noch mal aufhechten? Okay. Kann man auf der Bank sitzen? Darf er nicht unterschauen? Darf er schon. Sitzend. Dass er her schaut. Sitzendwein. Das ist ja das Schärfste. Udo. 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 Ja. Nein. Riebe, Riebe. Bleib. 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 Die anderen mache ich als Details. Wenn ich nur irgendwas weg tun soll, müssen sie sagen. Nö. Ich glaube nicht. Man sieht, dass es keine Prospektküche ist. Sondern dass sich jemand gehört, den es wirklich gibt. Nach Leben aussieht. Das ist schon mal eine Flöberle. Ja. Schlimm. Aber. Haben wir jetzt auch nichts machen. Fällt es weg? Nein, es ist schon okay. Nein. Du hast es mal weg, Micha. Bitte. Wenn ich das so los verviert werde. Wunderbar. 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 Wunderschön. Wunderbar. Wunderbar. Wenn ich das bei ihm so mache. Dann haben sie zu Hause ganz schön rumwirkt. Ja. Um die, was weiß ich, unter Bilder, die sie auf die Schnellschießen, dann so zu ververklingen, dass er ihm quasi alles in den Kalender passt. Ja.